Bad Emstal Bad Emstal ist ein kleiner Kurort am Flüsschen Ems südwestlich von Kassel. Die Gemeinde liegt landschaftlich sehr schön im Naturpark Habichtswald. Hintergrund neben dem Hauptort Sand mit Thermalbad und Kurpark gehören auch die Dörfer, ehemaliges Kloster, und zur Gemeinde Bad Emstal. Geschichtliche Hintergrundinformationen über Bad Emstal und seine Ortsteile findet man auf den Seiten des Kultur- und Geschichtsverein Bad Emstal FH unter Historisches. Mit der Bahn vom Fernbahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verkehrt die Buslinie 52 nach Bad Emstal. Die Bahnstrecken nach Bad Emstal und Naumburg wird nur noch als Museumsbahn genutzt. Auf der Straße Von Kassel, auf der B520 bis Schauenburg-Breitenbach fahren. Am Ortsausgang von Breitenbach links auf die Landstraße Richtung Bad Emstal einbiegen, ab Kassel-Stadtmitte etwa 25 km. Mobilität Hessen-Kurie, die ehrenamtlich betriebene Bahn verkehrt monatlich im Sommerhalbjahr. Sehenswürdigkeiten Kurpark mit Rosengarten, auf 4500 Quadratmetern werden im Kurpark mehr als 200 Rosenarten gezeigt. Oberhalb von Riede Kloster-Museum Bad Emstal, Infosier-Seite des Kultur- und Geschichtsverein Bad Emstal FV Nur zur Info, das Schloss Riede im Ortsheilriede ist in privater Hand und daher nicht zugänglich. Wandern rund um Bad Emstal bestehen schöne Wandermöglichkeiten, wie zum Beispiel Premium-Wanderweg-Habicht-Zweitsteig mit der lokalen Extra-Tour H6, Rundtour im Tal der Quellen mit 13 km bei 4 Stunden Gehzeit, oder der Eco-Pfad Friedenspädagogik Bad Emstal. Attraktive Ziele für Tageswanderungen sind Spaziergang auf die Burgruine Falkenstein, etwa 2 bis 2,5 km einfach ab Ortsteil Sanddorf-Mette, erreichbar über Habichtswaldsteig und Eco-Pfad Archäologie Altenburg und Falkenstein. Der Aussichtsturm auf dem Klaus-Kopf mit Blick auf Bad Emstal, etwa 4 km südlich. Elperberger Türmchen bei 51.22989 N, 9.21498 W mit Blick auf Naumburg-Elperberg und in das Elbetal. Das Schloss in Elperberg ist übrigens in Privatbesitz und daher nicht zugänglich, etwa 4 km südwestlich. Der Hessenturm bei Niedenstein, ist an den Wochenenden im Sommerhalbjahr bewirtschaftet, etwa 6 km östlich. Das Fachwerk Städtchen Naumburg, etwa 7 km westlich. Für geübte, Weidesburg mit Panorama-Rundsicht, etwa 10 km nordwestlich. Wanderkarte, siehe Abschnitt Literatur. Sampipe-Symbol 200 BX-Pipe-Symbol, das verwunschene Elperberger Türmchen. Hier könnten gut die sieben Zwerge wohnen. Unterkunft Unterkünfte in Bad Emstal. Thermalbad Ortsteil Sand. Praktische Hinweise Deutschlandweite Vorwahl von Bad Emstal, 05624 Postleitzahl, 34308 Ausflüge Schauenburger Märchenwache in Schauenburg-Breitenbach, geöffnet so von 15 bis 18 Uhr, Lange Straße 2, 34270 Schauenburg-Breitenbach. Gruppenführungen auch nach Vereinbarung, Telefonnummer 05601-925678.